Uuuuhhhh La 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 Aaaaah Warte! Jaa- du Lucha! Du Lucha! Ja, Brate! Ja, 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 ja! Alles gut bei Ihnen, alles gut! Weg von dir! Jo, Freunde, was geht ab? Heute gibt es das Format, wenn Rapper Fußballer werden. Wir zeigen euch heute ein paar Rapper, wie sie so auf dem Fußballplatz drauf wärmen, wenn sie fuß verschieben würden. Wir haben sie nämlich sogar beobachtet und wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und einfach mal nachgestellt. Lass ein Like da für dieses Format, es wird ultra lustig. Schreibt jetzt mal euren Lieblingsrapper in die Kommentare, den wir vielleicht dann auch hier nachstellen können. Und da würde ich sagen, Jungs, zeigen wir mal, wie die Rapper werden, oder? Baller, los! Capital Bra. Ja, Bra. Ja, Bra. Oh, schön. Ja, du Lucha. Du da. Du Lucha, ja, Bra. Rata, mach doch nicht solche Filme, ja? Bra. 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 Wenn ich will, mach ich fünf Tore in einem Spiel, Bra. Ja, niemals, Mann. Bra, hast du doch gesehen, kannst du nicht zählen, oder was? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dein Trikot, ne? Ja, alles klar, Bruder. So bekommst du das Trikot von Ronda. Bratan. Bra, du, Bratan. Nein, nein, nur noch Gucci, Bra. Nur noch Gucci. Was für Trikot? Nein, du Trikot. Der Bra triegt Gucci, das weißt du doch. Der Bra spielt mit Rowley, spielt mit Kette und spielt mit Gucci. Nur noch Gucci, nur noch Gucci. Hast du einen neuen Vertrag bekommen zum Sommer, ich habe um zwei Jahre verlängert, du hast auch irgendwie was Neues bekommen. Ein Jahr, weiß nie, was für Angebot man bekommen hat. Bra, der Bra hat um fünf Jahre verlängert, ja, Bruder, loyal, er hat fünf Jahre, direkt, Bra, Bratan macht keinen Spaß hier, Bruder, loyal. Das ist normal, der Bra. Du musst dir was haben, ja, Mann. Das ist, komm mal her, komm mal her. Bra, was schießt du, diese Brunnen, ja? Bruder, Bruder, ich habe angeboten, ich habe angeboten für dich, Bruder. Wir zahlen dir fünf Nio im Monat. Bratan, komm zu uns. One, safe, Bruder. Okay, ich bin dabei, der Bra ist dabei. Jetzt rasieren wir dir die anderen. Ich denke, ich bin loyal. Ja, ich bin der Bra. Bra, Bratan, Bratina, was machst du mal mit dem Bratan? Bruder, ich musste ein bisschen Sachen klären, weil du weißt doch, wie das ist, Bruder. Gib mal jetzt diese Balle, gib mal diese Balle, ich bin weg, Alter. Bra, ich bin nicht wegen Geld gegangen. Kapi, Mann, du wirst ausgewechselt, Alter, was war das? Bra, nein, der Bra wird nicht ausgewechselt, der Bra ist Stammspieler wie Ben Simmer. Farid Bang. Was machst du, Idiot, du? Ah, du täuschtst du an, du Idiot, was sind wir hier? Spiel ich mit so einem Lappen in der Mannschaft, Alter. Bruder, ich habe dir gesagt, niemals antäuscht. Hast du verstanden? Ja. Hast du verstanden, Alter? Ist ja wie der Mock, der letzte Schmock. Farid, wo bist du? Lauf, Farid, lauf. Den hast du. Schieb. Beine, ich bin nicht trainiert. Ich kann nicht mehr. Ich hasse Fußball, da muss man Beine für trainieren. Geht gar nicht klar. Lass lieber pumpen. Was ist der, Farid? Links oder rechts Fuß? Ich kann das gar nicht einschätzen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube eher rechts Fuß. Den haue ich jetzt rein, damit der nicht mitrechnet, der Lappen, Alter. Kleine Mock da. Damit hat der Ese nicht gerechnet. Mein drittes Bein lässt mich nie im Stich. Das ist wirklich ein Allmann, Alter. Ich grüße deine Mutter. Alter, du Ese, Alter. Deine Mutter ist wie eine Shisha. Ohne Kohle geht nichts. Mero. Okay, Bro. Das ist einer deiner ersten Spiele. Wir spielen ruhig hintenrum im Aufbauspiel. Guck mal da. Anstoß und dann zack nach hinten. Und dann können wir von hinten raus angreifen, okay? Komm, komm, machen wir so. Als ruhig hier zack. Baller läuft, Baller läuft. Baller läuft. Baller läuft. Baller läuft. Baller läuft. Baller läuft. Dann machen wir das auch so weiter, Alter. Baller läuft. Ich habe dir das mal gerade erklärt, Alter. Baller läuft. Ja? Was? So viel? Ja, alles klar, Alter. Kühle. Ha, Baller. Lalalalalala. Bruder, was machst du da, Alter? Nimm mal das Spiel ernst. Jedes Mal verlierst du deinen Ball, dribbelst. Du bist nicht alleine, Alter. Bruder. Du musst nicht nur mal reinziehen. Fußball ist mein Hobby, Hobby. Was ist dein Hobby? Fußball. Fußball. Bruder, wo hast du denn hingeschossen? Bruder, Richtung Wolke 10. Baby, komm, wir gehen, Alter. Ja. Bushido. Meine Damen und Herren, mein Name ist Bushido. Und ich werde den Holz jetzt von der Skyline zum Bordstein zuschießen. Gott sei Dank ist Alibu Mayen ins Tor. Das hätte ich niemals reingemacht. Links oben, Bruder. Hahaha, 31 hat wieder zugeschlagen. Polizei? Ja, schlappstil verfolgt. Ja, hier beim Fußabplatz. Kommen Sie bitte schnell, bitte. Oh mein Gott. Ja, für Chichi, ja, für Chichi. Ja, ja, ja. Alles gut bei Ihnen, alles gut. Was wollen Sie von Ihnen? Weg von Ihnen. Die Walle erobern, Alter. Der verfolgt sich die ganze Zeit hier. Der verfolgt sich die ganze Zeit hier. Der verfolgt sich die ganze Zeit hier. Ruhig, weg hier, weg hier. Hey, ich will doch nur den Walle erobern. Hey, hey, hey. Mein Ball. Zurück, zurück. Herr Fatschichi, ganz ruhig, ja. Ja. Sagen Sie was. Gehen Sie bitte dahint das Tor, ja. Tschüss. Platzverbot. Polizei. Ja, ich brauch Sie schon wieder, bitte. Ich wurde gerade umgegrätscht. Bitte kommen Sie schnell. Herr Fatschichi, was legen Sie hier auf dem Boden? Wer hat Ihnen das angetan? Der da, der war was. Was haben Sie getan? Hey, der war's. Zeigen Sie mal, zeigen Sie mal, zeigen Sie mal. Eindeutig, eindeutig. Ganz schwere Körperverländerungs. Ja, der war das. In die Klasse mit Ihnen. Hände auf dem Rücken. 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 Na, kommen Sie vorbei, gerne. Wenn Sie was brauchen, sagen Sie Scheiße … Ich geh mal kurz aufs Toilette … Kommen Sie schnell wieder, ne? Ja, ich brauch nicht lange. Schnell! Bitte, schnell! Das war's Freunde, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen, hier Rapper, wenn ihr Bock habt auf Teil 2, lasst auf jeden Fall ein Like da. Roll to 800k, wir sind kurz vor den 800.000, Leute, auf Ehre, ballert mal den Like- und Abo-Button ab. Baller los. Nein, zerstört den, Freunde. Und noch mal Rapper in die Kommentare schreiben, die ihr als nächstes in Teil 2 darstellen soll. Danke an die Jungs, danke an MC Goyna Loco, Can, Umle, den Apacin und Illi, bra bra, der wahre bra. Okay, hau drei Freunde, Peace, good day, ciao. Ach du Weile, was ist das, Bruder, was ist das? Farid, komm, lauf, lauf. Okay, vielleicht nicht ganz so schlecht. Ey, 2-1. Warte, 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 stand da so. Mein Gott, was macht ihr? Was ist das? Weltklasse. Ich hab's nicht mal gesehen, Alter. Dritter Versuch, ein Tor aus einem Meter zu schießen, let's go. Ja bra, bra. Ey, es klappt halt wirklich nicht. Wollt ihr nicht waschen? Vielleicht sollte ich lieber ins Lange-Eck spielen, weil er steht ja, da kauft man kurz. Hatta, wir haben wieder ein Problem, kauf den Schiff. Ach, scheiße. Egal. Ohohoho, Dina, halt. Wuhuho, Bro, Bro Thorn, bleib hier. Wenn ich will, mach ich. Ne, warum bin ich so hoch, Alter? Ja, gut. Die Polizei steht hinter mir. Okay, mach einfach mal. Baller los, baller los. Die Polizei steht hinter mir. Die Polizei steht hinter mir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020